Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12070 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich muss dir unbedingt zeigen, was ich gerade im Internet gefunden habe. Ich muss dir unbedingt zeigen, was ich gerade im Internet gefunden habe. Auf dem Berg gibt es eine Hütte, in der man übernachten kann. Im Augenblick lese ich ein spannendes Buch in meiner gemütlichen Ecke. Im Augenblick lese ich ein spannendes Buch in meiner gemütlichen Ecke. Ich muss mich beeilen. Der Bus kommt in einer Minute. Ich muss mich beeilen. Der Bus kommt in einer Minute. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Wir sind öfter in diesem Hotel. Hier kennt man uns schon seit Jahren. Erfahrungen können angehende Eventmanager durch Praktika oder freie Mitarbeit in der Eventbranche sammeln. Erfahrungen können angehende Eventmanager durch Praktika oder freie Mitarbeit in der Eventbranche sammeln. Erfahrungen können angehende Eventmanager durch Praktika oder freie Mitarbeit in der Eventbranche sammeln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Nachden öfter Video Vielen Dank.